Was mache ich, wenn ich eine Zeichnung so richtig verhauen habe? Es wird oft empfohlen, eine Zeichnung immer zu Ende zu zeichnen, egal wie wo du dich damit fühlst. Du merkst, es wird eh scheiße aussehen, du musst es trotzdem zu Ende zeichnen. Ich sehe den Sinn dahinter, es ist auch einfach für dich als Lernprozess, damit du siehst, ey, das sah am Anfang gar nicht so schön aus und ich wollte eigentlich aufgeben, aber ich habe es doch noch hinbekommen und das Ergebnis ist einigermaßen schön, aber ich bin mittlerweile seit sieben Jahren dabei, es ist ab und zu auch vollkommen okay zu sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich merke, das geht in voll die falsche Richtung, Ich darf von neu anfangen, ihr müsst die Zeichnung nicht sofort zerreißen, wie ich es mache, aber ihr dürft auch einfach mal von neu anfangen.